Eben, also, die werden wir nächstes Jahr finden, da haben wir drei Ausbeut der Blune, ein Becks Lemon und noch irgendwas komisches von letztem oder vorletztem Jahr mit drin, wo es sehen doppelt und dreifach. Perlodent. Perlodent, ja. Und ein Dendodent. Oder Perlodent. Ist aber schon richtig gereift, meine Herren. Keine Ahnung, was das für verzweifelter Typ war, da war gar kein Alkohol drin. Ja, also langsam die Sachen zusammenpacken, sollte noch jemand unterwegs sein. Schaut mal kurz, ob ihr eure Nasen mit in der kommenden Seite wieder findet, weil wir machen uns jetzt dann ab vom Acker auf die Panoramafahrt. Wir spritzen bitte noch die Biesengründe, die Pilzgründe, sollten immer gut gedüngt sein, macht es jetzt noch. Die nächste Möglichkeit wird erst wieder in Kalbberg gehen. Wir müssen ein bisschen Schwung nehmen, weil wir sind aufgrund des schönen Wettbewerbs auch im Zeitplan hinterher. Das macht aber auch nichts, wir sind ja relativ flexibel. Also, packt eure Pilze, leere Sachen bitte in die Kästen, die noch da sind, auf denen ich stehe. Wir haben volle Pilze, gerne mit dem Bus mit aufnehmen. Wer noch keins hat, kann sich direkt nochmal eindecken, damit die Fahrt nach Kaltenbergbewerbs nicht zu trocken wird. Wichtig ist jetzt, ihr müsst ein bisschen Schwung mitbringen. Ihr seid jetzt auf Draht selber beziehen und so weiter. So, also, auch die Herren da hinten aus der Handballregion. Wir bleiben noch alles. Wer bleibt noch jemand hier? Wir nehmen uns mal ein Schlitzchen aufstehen. Ach so, seid ihr noch? Ja, da.